Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Aber selbstverständlich. Schon gut, schon gut. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Es ist gut, das sofort zu erleben. Ich kümmere mich darum. 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 Und jetzt lass mich darum. Das war's. Was ist das? Die Ahnen sind auf unserer Seite, Kommandant. Dies hier ist eine Sperrtür der Zwerge. Sie war fast fertig, als das alte Calirol gefallen ist. Die Sperrtür schließt nur noch nicht richtig. Hätten Sie mehr Zeit gehabt, Ihr Werk zu vollenden, stünde Orsama heute nicht alleine da. Ich krieg die Tür schon hin. Die armen Teufel hatten es schon fast geschafft. Das ist solides Zwergenhandwerk. Wettet wir zurück. Sollte uns ein paar Jahre Ruhe verschaffen. Vielleicht zehn, wenn wir Glück haben. Das gibt uns genug Zeit, nach einer dauerhaften Lösung zu suchen. Selbstverständlich. Das ist ein paar Jahre Ruhe. Aber selbstverständlich. Seid ihr bereit? Selbstverständlich. Wenn ich mir vorstelle, was geschehen wäre, wenn ihr die Keller nicht gesichert hättet, läuft es mir kalt in den Rücken herum. Oh, stattet ihr dem alten Dworkin mal wieder einen Besuch ab? Das ist großartig. Jetzt können wir weiteren Sprengstoff herstellen. Röchter! Bevor ihr zulasst, dass sich mein Bruder in kleine Stücke sprengt, sagt ihm doch bitte, er soll vorsichtig sein. Hört einfach nicht auf Woldrick. Ich weiß, was ich tue. Wie viele Gesellen hast du verloren? Drei? Oder waren es vier? Wir alle kennen das Risiko. Und wenn wir Erfolg haben, gehen unsere Namen in die Geschichte ein. Ei, Kommandantin. Danke für eure Hilfe. Bitte, nehmt die hier. Damit könnt ihr diesen Bestien etwas zum Nachdenken geben. Die Geschäfte hier laufen gut. Vielen Dank. Es heißt, dieser Sumpf sei einst bewohnt gewesen, bis eines Tages alle verschwanden. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Ich habe Angst. Haltet mich fest. Ich habe Angst. Was ist das? Unverzüglich Ich habe darüber nachgedacht, was ihr gesagt habt anders Über euren Vergleich zwischen meiner Familie und den Magiern Das ist lächerlich Ich werde mich nicht in eine Abscheulichkeit verwandeln, nur weil ich ein Hau bin Ich habe auch nie behauptet, dass der Vergleich perfekt ist Ein Hau zu sein, erlaubt mir auch nicht, euren Verstand zu kontrollieren Ihr habt irgendwie nicht verstanden, was ich sagen wollte, oder? Ich bin einfach kein Freund übertriebener Vereinfachungen Na schön, euer Pech